jetzt geht's voll ab cash nimmst du raus train italy office cobblestone ok das cool das cool bisschen bisschen geiselbeschreibung train obwohl nee cobblestone italy office wäre wirklich mal witzig nimm auch einfach alles andere raus da warten wir ewig meint jetzt schon dreieinhalb minuten ja gestern bei bei als wir italy gespielt haben vier minuten und dann nach zehn sekunden war es da also manchmal lügen die statistiken die klauen unsere jobs aber guck mal wie schön die statistik von links nach rechts aufgebaut ist mit den wert nach nie du bräuchte ist eine normale akka ohne flügel ne ich tippe auf train ach ja mein näschen juckt doch ich hab auch jaja war so klar war so klar die ak ist genauso kraftvoll wie laut sie hat einen hohen rückstoß und aber präzise schüsse bevor zum bla ich kann mit der akka nicht mehr jetzt haben wir schon wieder so mega killer war gegen uns ich will jetzt drei kills mit der ak wenigstens kommt die ak war ich eine geringere maus das hat mir auch die anleitung gesagt ich komme mit den standard waffen nicht mehr klar ja komm ich steige in mein Lauf-Lauf-Kar ich denke wir müssen mit der Pistel ein ja ich denke es ist ja das war schon mal ein Treffer alter ich habe nur viele Leute erwischt und das ist richtig schlecht mal gespannt was jetzt hier abgeht ich komme nicht Brush ja Brush Brush ne Brush ist B Brush achso Brush ich verstehe A A A A A B Ich bin blinde B 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 Alter! Richtig gut! Den hast du aber auch gerade mit mehr Glück als Verstand gelegt. Mhm. Oh. Auf den hinten kommt einer. Kurz. Dann seid ihr schlecht. Mhm. Ich bin kein Freund von 1. Runde D-Warsch. Na doch, ich find's eigentlich ganz cool, weil du sau schnell drauf bist, ne? Geht so BOOM und dann bist du drauf. Ja, aber es ist so eng und auf A... Weil wir haben natürlich Kohle durchs Legen gemacht jetzt, ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Also an sich könnte ich... Ne, ne, 100 Fehlmiffen AK. Ja, AK und Rüstung meinst du? Guck mal, einen kaufen. Dann müssen wir eigentlich auch alle kaufen. Ja, los. Ja. Von Krofa. Naja, Kalil. Das war mit brachialer Gewalt vorgehen. Machen wir. Schafft man doch noch was. Ja, Hammer. So war's geplant. Wenn du auch Schrotflitten gehabt, ey. Ja, das ist ganz gut, weil die rechnen natürlich mit einer Eco, ne? Ja. Und viele kaufen aber von den CTS in der ersten Runde, oder erhält auch von den TS, egal wer die erste Runde gewonnen hat, die kaufen total die Billigwaffen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Naja, das ist aber auch sinnvoll. Ey, ich guck nur auf dem Boden, dann hab ich gute FPS. Auf dem Boden hab ich auch 300. Weil, wenn du, wenn du Konter Eco spielst, und dann verlierst, hast du halt keine Kohle und dann gleich mit MPs machst. Und die Gegner haben ja im Normalfall keine Kevlar. Dann haut der MP natürlich auch voll rein. Ich bin schweißig auf dem Boden. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Bei seiner. Hat noch 6 HP. GONADE! Auf lange Schneider. GONADE! Ja, wo. Oben oder unten? Ja, da ist ein Schacht, glaub ich so. Ja, Schacht ist er. Geht er, glaub ich, Switch. Oder noch ganz weg. Und wo war er? Switch? Nee, schon am A-Sport. Der Edi. Edi, 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 Edi. Wie spät haben wir es denn? Eieieieiei. Du bist erb an, ne? So, jetzt mal irgendwie ein Slow machen. Ah, Slow. Würde ich mal in Vend gehen und dann fummeln wir die erst mal kapott. Pop-Dock meinst du? Kapott. Kapott. Hitler kapott. Stopp. Gut, hier ist natürlich direkt einer. Okay, jetzt sind wir noch ein B. Das ist noch ein Smoke. Okay, kann gelegt werden. Kapott. Kapott. Ich hab schon voll lange diese Waffe hier. Wem gehört die? Bublan. Wer ist denn Bublan von denen? Alter, wir spielen gegen den scheiß Clan. Oh, das ist so unrealistisch. Die sind so schade. Ah, da war echt cool, ey. Ja, ja. Das war die zweite Runde geholt, aber das war echt cool. Ich bin immer noch mit meiner Galil. Ich bin immer noch mit meiner Galil. Ich bin immer noch mit meiner Galil in der zweiten Runde. Scheiße. Hast du hier geschossen? Pioneer Fuck Wo? Direkt hinter dem Zug am Spot Ja da genau Na wach Hast du schon gehalten? Einer noch Auch von hinten Na endlich kann ich mir mal ne neue Waffe kaufen Immer diese gefundenen Sachen weißt du Die hab ich jetzt 5 Runden gehabt, das hat gereicht Harvey Einmal kann ich sie mir leisten Wenn ich damit nicht treffe lass ich das heute Weil meine Konzentration für ne Harvey ist irgendwie nicht gegeben Also auch die Geschwindigkeit Wo gehst du hin? Kurz Ich mach kurz Ja ich geb dir die Bombe Throw in a decoy Okay der andere Harvey Typ macht das wohl auch Check mal lang hin Bitte Danke Oben auf dem Zug Shit Gut Plan Oh er war voll drauf, du Mut Wo ist ne andere gewesen? Einer was switcht Ich hab jetzt nur switch grad gesehen Könnte natürlich jetzt auch Pop-Doc kommen Lange hinten hab ich hier Ja da brauchst du gar nicht gucken Halunke Kannst Pop-Doc gucken Ja irgendeiner ist nämlich drauf Was? Was? Schön Scheiss Aber ey Ich treff damit nix Mit dem Harvey Mit dem Harvey treff ich heute nix Ist egal Ich spiel halt meine Gammelwaffen Ich bin halt voll schlecht und so Mit dem Erbstück hier Was hat das eigentlich auf dem Tacho? Mit dem Erbstück hier Aber das könnte er auch mehr haben Aber das könnte er auch mehr haben Oh Avelan Ich hab schon noch weh Ich hab schon noch weh Ah der Sniper ist auch ne coole Sau Ja wenn der Sniper euch mal unterstützen würde Wäre der schon lange tot der Typ Oh shit Boah Ja Hätte er mal ein bisschen schneller machen müssen Ja Ratsche Platze gehen da Was ist der da? Oh Idiot Hat das auch gecheckt Oh ist das spannend Ich krieg ne harten Mal langsam Jetzt sie doch gleich holen Ah wie dumm Oh wie dumm Jetzt fängt er an zu defen Oh Spacken Eier Aber das muss man doch im Urin haben Dass man dieses Ding nicht mehr defen kann Ja Warum treffe ich heute nix Warum treffe ich heute nix Warum treffe ich heute nix Habt alle den Diffuser dabei Zu teuer 12.000 Schon wieder hat er den Diffuser Let's go my brothers I'm throwing smoke Lang hinten Lang hinten Komm dort einer weg Der war unter mir Der war unter mir Das hab ich nicht mitgekriegt Den hätte ich messern können Hatte Glück dass er grad nachladen musste Das hab ich echt nicht mitgekriegt Ich hab die ganze Zeit nach lang geguckt Wir machen jetzt nicht mit dem Diffuser Glauben wir mehr Wir machen hier Wir machen hier Wir machen hier Eben Vilich Die stehen aber auch auf einmal hinter einem, wa? Halunke gerade auch, so ganz überrascht neben ihm. Das war dumm, das war dumm. One moment in time. Ich kenne den Text weiter gar nicht. Wie geht denn das weiter? One moment in time. Weiß keiner, ne? Es weiß einfach keiner, wie dieses Lied weitergeht. Wieso auch? Ähm, weil es one moment in time ist. Also ich weiß gar nicht, wie das richtig ist. So, bin ich ausgestattet hier, aber frag Nina Sonnstein. Wann machen wir? Wann machen wir? Was machen Sachen? GG AWP. Ich schmeiß ne Smoke links runter. Okay. Aber weit genug, ne? Am besten. Ganz hinten lang. Ah, WP auch noch. Ah, shit. Denen habe ich auch eine gedrückt. Smoke. Welche Wunsch war der? Halunke. Planting. Ah, has been plant. Ah, shit. Der Deft. Ah, der Gehörting. Doch, aber nicht. Naja, also war schon ein kleines Problem. Ich würde den nicht mehr so... Naja, gut, aber er hat ja zwei Leute geholt und er hat das zeitlich halt nicht mehr geschafft. Hat er halt rum zu streng. Er hätte erstmal einer von uns besser machen müssen. Go, go, go. Jederzeit. Go, go, go. Nein, wir sind schlecht gerade. Ich nicht. Du auch nicht. Virus ist schlecht. Musstest du jetzt jetzt sagen? Jetzt ist vorhin heulen. Boah, hätte ich mal nicht geguckt. HWP? Lange. So, auch nicht der HWP. Oh, oh, oh. GG. Sind die Dummen im Hören? So weit fielen. Komm, gut. Kaput. I need a gun. Willste? Nee, hat er doch da unten geschrieben. Wer ich schon so arnsinnig bin, mir dafür ein Bein zu machen. Meinst du, er hat schon mal ein... Battle, Battle, Bein. Ich renne mal auf A und mach mal weg. Oh. Ähm. Die Bombe rennt Popper. Ich werde jedes Mal von der Aabe geholt. Einer kommt schach. Ich bin so brutal, ey. Fick dich und deine Mutter, dämliche Huren-Schlampe. Smykster. So. So. Und nun? Und du? Und nun? Okay, also auf jeden Fall sind beide Teams gleich schlecht. Gleich gut möchte ich nicht in den Mund. 기quen ist raus. Hint über langen Rush oder was? Wer ist er? Wie Pionier und Kumu? Ich schaff eine Flashbang. Ich schaff eine Grenade. Grenade aus. Ich schaff eine Flashbang. Smyk. Er kommt zurück, er hat ne Chance, läuft denn da? Neunfall kurz, ne? Erwischt denn er mich? Oh, warum muss der so steppen? Ah, genau. Ah, stirb doch bitte! Bitte! Das hat aber am Kopf weh getan. So mit dem Schädel gegen so einen Metallträger, das geht nicht. Der ist verbogen. Abspringen, abspringen nach links. Gut. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Hm, jetzt gehen wir hier eine Runde nach der nächsten ab. Ja, ja, ja. Lass doch mal auf A draufpreschen. Okay. Hast du das Switch irgendwie Smog hinzuschmeißen? whoah! Aaaahhhh! Grenade! Nimm die Awe auf lang aufpassen. Ich seh nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Nimm die Awe. Da rege ich doch. Ich geh zu B und lege. Awe fehlt noch lang. Nein! Noch eine! Ach komm. Ist allein. Ich renne! Ich renne! Der war switch. Hohohoho. Ja, das war knapp. Hohohoho. Das war noch viel knapper. Oh, der nen Headshot bricht. Vorsicht Abo. Klippel! So ein bisschen Zeit, kein Stress. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Kein Stress hab ich gesagt. Ja, er wollte aber so was. Was hab ich denn noch an Kohlen? 4300. Soll ich mal versuchen den Lang-Awe-Typen zu holen? Hast du ne Awe? Jetzt ja. Ja, dann mach mal. Aber der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich bin in sowas eigentlich nicht so gut. Aber manchmal... Ja. Es ist Tagesform abhängig. Manchmal muss man es einfach probieren, ne? Schau mal, es scheint festspalten. Es wird schon. Viel Glück. Kein Blonke. Was ist für dir denn? Ah, noch ein Spot-off noch. Scheiße. Zu viele. Ah. Deine Awe war scheiße. Alter, die haben gut aufgeholt. Ja, aber auch nur, weil sie gut Awe spielen können. Der Rest war ja Müll eigentlich von denen. Das ist leider bei vielen Teams so. Mhm. Mhm. Granate. Brand oder Hochexplosiv? Hochexplosiv. Get ready. This is a free fire zone. Okay, mach ich mit. Smoke! Oh nein! Die sind schon drauf! Hallo! Pop-Doc! Zwei Stück hinter dir! Oh nein! Die sind schon drauf! Hallo! Zwei Stück hinter dir! Einer umrennt ihn gerade! Plup! 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 Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Wollen wir wieder kaufen und es richten? Ja! Los! Machen wir! Was nehmen wir denn dann? UMP und D! Time to earn our stories! Ich geh! Ich geh! Pop-Doc! Ich hab jetzt keine Granate Digga! Mach ich kurz! Ja ja ja! Oben! B! 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 Ach genau! Metsch! Zwei oben lang! B! 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 Alter was für ne schicke B! 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 Welche haste denn? Hier! Tick mal aus! Die ist vom Huntsman Pack! Oh ja! Die ist wirklich ganz schön! Willst du da wieder haben? Nö! Nehm Sneaky Bigi! Ich bleib bei der UMP und muss sie Geld sparen. So, jetzt ein bisschen auf den Spot abbücken, würde ich sagen. Schnell, Halunke, kurz! Jo. Danke. Das war gerade echt übel, ich hab noch einer gesehen. Einer kann, wenn er nicht schafft. Oh, fuck. Oh. Habe ich dir doch auch mitgeholfen. Da ist auch irgendwie Schacht oben. Möchten Sie diesen Moment festhalten, ja. Schacht, Halunke. Schacht? Ja, hat Virus gesagt. Ich glaube, er ist Schacht oben. Ey, ich glaube, der war da lang, ähm. Ja, langsam, langsam. Virus, dann geh noch mal zu B. Nicht, dass die übern CT-Spawn kommen. Wo ist noch einer? Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob der die Bombe hat. Oh! Nein, 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 nein. Er ist auf A, er ist auf A. Lauf, Virus. Lauf, lauf, lauf. Er ist hinten kurz. Entschuldigung. Gitarren Tarkar. Gitarren Tarkar. Gitarren! Gitarren Tarkar. Gitarren Tarkar. ja ja natürlich das springt auch nicht aus dem rauch hallo hallo ich habe den dahin gelegt um mich zu verstecken und dann aber zu sneaken ich mache wieder ich wollte mich hier wieder ein bisschen defensiv hinstellen ja ich mache pop auf die wo schießt er lang auf lang ich geh mal hin vom kurs der rötter voll auf long one wo ist er jetzt er ist auf dem Jetzt läufts wieder. Weil die keine AWA haben. Man muss ihn ja auch mal loben. Gut gemacht. Ich bin hier absolut vom Zuschauen irgendwie verdonnert bei der Runde. Schacht. Obwohl ich ja gar nicht so wenig Fils habe, aber trotzdem habe ich das Gefühl ich gucke mehr zu als alles andere. Habt ihr das Gefühl nicht? Ich bin nicht so involviert. Ja. Wo geht denn der jetzt? Grenade aus. Das ist bestimmt B, oder? Das ist dumm. Das ist ein Schmerz. Ja, das ist neu. Das war's. Ja, das war's. Wir haben einen Spawn. wieder da arbeit arbeit die stehen alle lang die stehen in einer ecke und bewegen sich nicht nein da rennen alle hin und sterben mit die sind schon auf der nicht zwei sind b hinten so wie schaffen das war ja krass da stand vier leute übereinander vier leute standen übereinander was sind das für ein blödsinn ich habe telefoniert und habe nicht mitgekriegt was ihr gerade gesagt hat deswegen wir auch echt wieder unnötig habt ihr gewusst dass sie auf lang sind wie wie Es kommt so langsam weh Go und P Left Die sind auf dem Haus Alter, ruhig bleiben Ich zeig nichts Geh, geh, die Haus Bommel liegt im Wartezimmer Oh einer Oh einer Könnt ihr durch die Fenster vernünftig durchgucken? Ne, die sind relativ Da siehst du ganz wenig durch, ne? Ja, die sind sehr milchig Entschuldigung, das wird später rausgeschnitten Nicht Hehehe Let's go, let's go Decoy's out Grenade out Dann schon wieder zu B Okay Throwing Grenade Die müssen oben PopDocs sein oder so Ich weiß es nicht genau Ah, okay, dann einer Long Oben StepBud Deploying Flashbang Ah, über PopDocs Da ist die Bombe sogar Die rennt zurück Letzter Short Last Short A Short Last Ja, das fürn Short A, A, A Anderer Short Schacht Dann bleib ich hier oben Gut, wenn Schacht lang abgedeckt ist und einer B Ja, hier ist er Okay Huch 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 Ich bin der Meister der Eliminierungen Fünf Fünf MVPs, ne, bringt mir trotzdem nichts Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Let's go Deploying Decoy Fire in the hole Fire in the hole Alter, Lumpke Hm Oh, wartet's mal. Kacke. Er geht ab mit der P90, ne? Er geht ab. Pop, pop one and one debuff. Lasten. D-House. D-House. B-House. B-House. Counter-Terrorist, win! So, aber danach, ne? Da spielen wir doch mal ne Geisel-Map. Dann wär's ne kurze Pause, ne? Ja, bumm. Haha. Grenade out! B-House. Pop-Doc. Flashbang! Okay. Ben Keisel! Grenade out! Hallonke, ich hab was voll im Reinbratzen. Haha. Ein benäckes Mann. Ein benäckes Mann. Oh, hat er mich!!! Feuer in the hole!!! Ich wollte mal was blödes kaufen Gucken wir mal was der Virus macht Sehen die anderen irgendwas wo sie sind? Keine Ahnung Ich guck gerade alle durch Kürz 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 Yo jetzt kommen sie auf den A-Spot glaube ich Oder Switch Es sind nur noch einer Ach das war der den ich angenaggett habe So jetzt noch mal was schönes hier Bevor der Hillbilly kommt Kürz Kürz Da kommen viel zu viele Zwei B oben Kürz 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 Zwei Kürz 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 Kürz